Der Lebenszyklus des Storches Im Frühling kehren die Störche zurück aus Afrika und begrüßen sich mit lautem Schnabelklappern. Nach der Paarung legt das Weibchen drei bis fünf Eier, die abwechselnd von den Storcheneltern bebrütet werden. Nach ungefähr 33 Tagen schlüpfen die Küken. Die Küken werden mit Würmern, Insekten und Kleinsäugern gefüttert. Nach zwei Monaten werden sie flügge und verlassen das Nest. Die Jungstörche fliegen nach Afrika und bleiben dort drei bis fünf Jahre, bis sie geschlechtsreif sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020